Horoskop für heute, Jungfrau, 12. September 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der ganztägige Aufenthalt des Mondes in Ihrem Herzens- und Heimbereich deutet auf das Bedürfnis hin, sich zu zentrieren, indem Sie sich mit dem Vertrauten verbinden. Dennoch können Sie sich bei einem besonderen Projekt oder einer aufblühenden Beziehung besonders gut fühlen, da Ceres in Ihrem Freudenbereich in Harmonie mit Vesta in Ihrem Zeichen gelangt. Dieser Einfluss fördert kreative Produktivität, bedeutungsvolle Beziehungen und persönliche Weiterentwicklung. Sich darauf zu konzentrieren, zu Hause mehr Harmonie zu schaffen, kann ebenfalls befriedigend sein. Die Energien von heute sind eine Mischung aus Arbeit und Spiel, und das Finden der perfekten Balance zwischen diesen beiden Dingen kann zu einem erfolgreichen Tag führen. Sie können bereit sein, ein Problem mit größerer Einsicht anzugehen, und es kann natürlich sein, Ihre Energie kreativ zu kanalisieren. Es ist Zeit zum Feiern. Merkur, unser kosmischer Bote und Ihr planetarischer Herrscher, zieht ein heißes Outfit an und bringt den Himmel zum Beben. Er wird den mächtigen Maß zu einem Tanz in den Flammen auffordern. Wenn die beiden so gut gelaunt sind und in einem Sextil tanzen, werden Sie definitiv den Drang verspüren, Kontakte zu knüpfen, zu flirten oder sogar Sexting zu betreiben. Übernehmen Sie jedoch die Führung, und wenn Sie auf der Suche nach Liebe sind, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um Ihr Profil zu aktualisieren und nach neuen Übereinstimmungen zu wischen. Noch besser ist es jedoch, jemandem eine spontane Einladung zu schicken und zu sehen, ob er Lust hat, sich zu einem exotischen Abendessen zu treffen. Sie haben vielleicht das Gefühl, dass Sie sich zu viel vorgenommen haben. Es ist an der Zeit, Ihre beruflichen Verpflichtungen neu zu strukturieren, da der Mond im Schützen im Quadrat zu Saturn im rückläufigen Sternbild Fische steht. Am Ende Ihres Arbeitstages fühlen Sie sich vielleicht ausgelaugt und müde. Irgendetwas muss aufgegeben werden. Aber damit Sie sich ausgeglichener fühlen, muss sich etwas ändern. Vielleicht müssen Sie in Ihrem Berufsleben häufiger Hilfe annehmen oder darum bitten. Es könnte auch an der Zeit sein, Ihre Verantwortung zu reduzieren, um Ihre Arbeitsbelastung zu verringern. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass Sie Ihren Mund aufmachen und alles mögen, was herauskommt. Mit der heutigen Astralkonstellation werden Sie überrascht sein, wie leicht Sie sich ausdrücken können. Am wichtigsten ist, dass Sie Ihre eigene innere Stimme hören können, die Ihnen genau sagt, was Sie brauchen und wann Sie es brauchen. Wenn Sie morgens aufwachen und hören, ich habe Durst, versuchen Sie zu verstehen, dass die Stimme Wasser meint, nicht Kaffee. Hören Sie gut zu und geben Sie sich zuerst, was Sie brauchen. Ab den nächsten Tagen können Sie möglicherweise eine schwankende Situation stabilisieren und einige gute Ergebnisse in Ihrem materiellen Leben erzielen. Aber heute müssen Sie sich damit zufriedengeben, Ihre Ziele zu verfolgen und sich im Hintergrund zu halten. Sie sind nicht so offen, wie Sie sein sollten, und jede Person, die Sie treffen, wird Ihnen klarmachen, wie sehr sich Ihr Verhalten weiterentwickeln muss und wie sehr Sie Dinge hinterfragen müssen. Sie mögen Neues nicht so sehr, wie Sie sollten, und ziehen es vor, in bequemen und gewohnten Situationen zu sein, anstatt zu versuchen, etwas Neues in Ihr Leben zu bringen. Einen Tag, nachdem Sie in die letzten zwei Wochen Ihres Geburtstagsmonats eingetreten sind, verbringt Merkur, der Planet der Kommunikation und des klugen Denkens und ihr Herrscherplanet, seinen ersten vollen Tag wieder in der Jungfrau. Merkur hatte hier bereits drei Wochen verbracht, bevor er letzten Monat rückläufig wurde und bevor die Sonne zurückkehrte, um ihren Geburtstagsmonat und das neue Solar zu beginnen. Da Venus gekommen und gegangen ist und Merkurs Abgang in 16 Tagen das Ende der Planetenaktivität in der Jungfrau für dieses Jahr markiert, ist es an der Zeit, sich auf ernsthafte Optionen, Wahlmöglichkeiten, Entscheidungen und Pläne für dieses neue Solar zu konzentrieren. Zur gleichen Zeit, als eine Opposition zwischen Sonne und Saturn, die ein Gleichgewicht zwischen ihnen und ihrer Beziehung hergestellt hat, Merkur auf die Probe stellen muss, verbringt der Planet der Kommunikation seinen ersten vollen Tag wieder in der Jungfrau. Während der Mond ihren Kommunikationssektor verlässt, beendet er seinen eigenen Vorstoß, die Kommunikationskanäle offen zu halten. Täglicher Planetenüberblick Wie können Sie heute vorankommen? Sie könnten eine starke, fast magnetische Anziehungskraft verspüren, mutige Schritte zu unternehmen, voranzukommen und in einem Bereich Ihres Lebens wirklich Fortschritte zu machen. Es ist dieses Gefühl von Ehrgeiz, das in Ihnen aufsteigt und Sie zum Fortschritt antreibt. Aber hier ist die Sache, etwas könnte Ihnen im Weg stehen, und es ist vielleicht zunächst nicht ganz klar, was es ist. Da der Mond im Abenteuer lustigen Schützen heute eine Reihe widersprüchlicher Aspekte bildet, Saturn rückläufig in Fische, der absteigende Knoten des Karmas und der aufsteigende Knoten des Schicksals, könnten Sie sich an einem Scheideweg befinden. Wenn Sie schon einmal solche Momente erlebt haben, in denen es sich anfühlte, als würde das Universum von Ihnen verlangen, sich etwas Schwierigem zu stellen, bevor Sie vorankommen können, könnte sich der heutige Tag ein wenig so anfühlen. Um voranzukommen, müssen Sie sich vielleicht einer Herausforderung stellen, einen schwierigen Schritt wagen oder sich einer unangenehmen Wahrheit stellen. Und obwohl es verlockend sein mag, es zu vermeiden, scheuen Sie sich nicht vor der Herausforderung. Dieses Hindernis könnte durchaus mit Ihrem Schicksal übereinstimmen und Sie auf eine Weise zu Wachstum anspornen, die Sie vielleicht noch gar nicht erkennen. Positiv zu vermerken ist, dass die soziale Energie heute warm und einladend ist. Haben Sie jemals einen Raum betreten und einfach diese entspannte, freundliche Atmosphäre gespürt, in der alle Lächeln und Gespräche leicht fließen? Diese Art von Energie könnten Sie heute bei Ihren Interaktionen erleben. Die Menschen, denen Sie begegnen, sind wahrscheinlich rücksichtsvoll und aufmerksam, sodass sich gesellschaftliche Anlässe wirklich angenehm anfühlen. Ob Sie an einer Versammlung teilnehmen oder sich einfach nur beiläufig mit einem Freund unterhalten, es besteht das Potenzial für bedeutungsvolle Verbindungen. Vielleicht erneuern Sie sogar alte Freundschaften oder schließen neue. Tatsächlich schafft die entspannte Atmosphäre von heute die perfekte Umgebung für die Entstehung tieferer Verbindungen. Auf einer emotionaleren Ebene bemerken Sie jedoch vielleicht, dass Ihre Gefühle heute ein wenig durcheinander sind in der einen Minute rauf und in der nächsten runter. Haben Sie sich schon einmal für eine neue Person aufgeregt gefühlt, nur um den anfänglichen Funken genauso schnell wieder zu verpuffen? Die heutige Energie könnte ähnliche Gefühle hervorrufen, insbesondere in Beziehungen. Sie können schnell mit jemandem warm werden, aber diese Anziehungskraft könnte genauso schnell wieder abkühlen und Sie unsicher oder gleichgültig zurücklassen. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind damit nicht allein. Wenn es um Beziehungen geht, sollten Sie heute daran erinnert werden, im Umgang mit anderen rücksichtsvoll und rücksichtsvoll zu sein. Anstatt voreilige Schlüsse zu ziehen oder impulsive Entscheidungen zu treffen, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was Sie langfristig wirklich wollen. Was sind Ihre Beziehungsziele? Was brauchen Sie, um sich erfüllt und unterstützt zu fühlen? Indem Sie sich die Zeit nehmen, diese Fragen zu klären, können Sie Missverständnisse vermeiden und stärkere, bedeutungsvollere Verbindungen aufbauen. Hatten Sie schon einmal eine Beziehung, die sich im Moment richtig anfühlte, aber nicht mit Ihren langfristigen Wünschen übereinstimmte? Heute haben Sie die Gelegenheit, etwas tiefer zu graben und sicherzustellen, dass Ihre Handlungen Ihre wahren Absichten widerspiegeln. Wenn Sie Aufgaben aufgeschoben oder ungelösten Problemen aus dem Weg gegangen sind, ist heute der Tag, Sie mit neuer Motivation anzugehen. Merkur in der Jungfrau, bekannt für seine Klarheit und Präzision, gibt Ihnen die Konzentration, die Sie brauchen, um Dinge zu erledigen. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie ein einfacher Perspektivwechsel selbst die entmutigendste Aufgabe machbar erscheinen lassen kann? Das ist die Energie, mit der Sie heute arbeiten. Plötzlich erscheint Ihnen das Projekt, vor dem Sie sich gefürchtet haben, machbar. Das schwierige Gespräch, dem Sie aus dem Weg gegangen sind? Jetzt sehen Sie einen Weg, es mit Zuversicht und Anmut anzugehen.